eine axt und ein schwert für der mensch macht das sex okay eisenschwert noch mal das gleiche und jawohl eine neue chestplate wird auch zeit dankeschön wo ich denn das werkzeug hat gehabt da eine hau eine axt ein schwert und eine spitzhacke und die komischen dinger da bringst du auch sachen mit ja habe ich noch irgendwann habe ich keine rüstung überhaupt keine rüstungskiste kommen schon so ein jetzt kommen die 19 gut packs 1 das glas super water helmet okay den behalte ich auf jeden fall cookies das block ist lockt will er mich rollen so meiner danke ich mal das war ja farbiges glas wie immer kennst du ja bei dem great aber aber das kann man zum verbauen benutzen das ist nicht schlimm auch so ruhig so cookies wieder sagen wir jetzt ein heuballen eine eine leine ein minecraft mit hopper tt eine poison kanone eine goldene karotte glas langsamer genug glas darf am aufhören aber ein wunder dass ich mein minecraft nicht neu starten musste eben nö das habe ich da ähm vielleicht hast du das nur beim sag mal schnell daheim mal willst du den anketten deinen centos auch der kann da drum bleiben jetzt okay baust du gerade unten ab war noch nicht so weit ich tue mal in die krimskrams kiste die liane rein ach hier oben habe ich schon rüstung okay sie sollte jetzt eingesperrt deswegen ja aber wenn dann kannst du ja weg verlagern hier oben übernustung habe ich denn mein katz hingetan mein katz mein katz ich bin tnt und ein hopper weil die hopper sind dinger kommen immer noch benutzen eine goldene karotte und poison kartoffel ich habe mini flash gleich ich habe zwei mini flash gleich nämlich rollen ausgewachsene kartoffeln bringen nur eine kartoffel vielleicht hast du dich falsch abgeerntet der rest kann unten gelandet gewesen sein ab und zu ist das doch mal dass da irgendwie nur einer rauskommt boah wie viel lava einmal wir haben jetzt ja ich habe gerade lava einmal noch bekommen und einmal normale kann powder noch zwei stecks feroz oder feroz ähm ja dafür braucht man doch nur einen ne für was denn hier für essen nach eine gebackene kartoffel brauchen wir dafür ach so die essens quest oder mhm nein nein ich will kartoffeln gerade nur pflanzen deswegen ja reiß doch den rest ab mit dem hebel einfach nö nö ich hab so viele kartoffeln gar nicht gehabt deswegen hab ich das einzelne abgemacht ja du musst ja auch neu machen können deneskopf nö willst du mich verarschen sehe ich so aus na ich check mal eben unten noch die hühner hast alles geleert jetzt alles 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 jetzt machen wir noch die milonen jetzt brauchen wir nur noch eine karotte äh ja eine goldene karotte haben wir gehabt ja aber eine normale karotte bauen wir ja wir haben vielleicht unten villager der karotten rausspuckt oder sie leben überhaupt noch mhm und die frage ist dass sie noch leben naja weil irgendwann muss es alter what the fuck hast du ne scheiß melone ich hab dich grad gehauen aber egal aber die du hast doch gesehen dass da in melonen noch gewachsen ist ja kann sein behindert warte mal irgendwo muss da noch hier ein ding gewesen sein ein ding gewesen sein hier ein quest gate system ah guck mal hier wenn dann komm mal in die zweite etage guck mal hier auf den block wo ich grad drauf schaue quest gate system das müsste ganz unten auch sein dann ne ne hier ist nix okay going for space ist wahrscheinlich hier in der wand und das sind nämlich die anderen blöcke mhm vielleicht schau mal eben gerade es geht system mhm hier ist nix steht mal dass es noch weiter runter geht hier geht es ja noch weiter runter aber das ist noch nicht frei ne oh ne leider nicht die blöcke habe ich einfach mal darunter freigemacht das ist egal jetzt naja ja aber ich glaube da ist noch was anderes dazwischen dass das noch nicht weiter runter geht das kann natürlich wow noch ein weg ist oder es geht in die tiefe runter das geht voll in die tiefe geht das ja auch hey schlag dich schon nicht ich das wird ja wird ja ein leben kosten was ich mit bezahle was ich sowieso schon die ganze zeit bezahle ja die leben bezahlst du ganze zeit das weiß ich teuer sind teuer die leben ja ich hab nur noch 28 sekunden extra leben nein ouch und was war jetzt da unten hm ja guck mal da fehlt doch irgendwas ja so ein dreckskerl ne oder die das ist wenn du ne bestimmte quest erledigst dann spawnt da was ja ja dann spawnt da durch das questgate nämlich was dann spawnt da noch so ein hier sind nämlich drumherum questgate systems das ist richtig gemein das ist gemein das ist gemein ja ja äh elevator spawnt ja ich tipp mal das war guck mal weil wir haben hier so ne 19 guck mal neta kommt bald oder müssen wir bald haben das ist nämlich 19 37 101 so wenn wir mal drauf gucken dann ist 37 unten hm hier irgendwo zwischen ist er neta aber auch weit irgendwo da hinten an der arsch der welt ja aber wir müssen mal das andere hier so langsam fertig machen weiter ja quatschallenge ja quatschallenge aber die werden die wird nicht wichtig sein clay 24 clay haben wir glaube ich wir müssen dann so ein polytool auch nochmal ja unlocked free quest elsewhere ok polytool dann schauen wir mal eben noch ja dann schau ich mal eben noch ach da yo das carbon nanotools da brauchen wir diamant das kann sich aber auch durch die zeitquests noch freischalten das nächste dafür brauchen wir carbon und dafür dafür brauchen wir noch ein ding ein prozent wasser ähm aber ich glaube diesmal lasse ich den server laufen dass das wasser voll wird ja und zwar das chem me k so das eine ding brauchen wir hier nämlich wo es ist da dafür brauchen wir nämlich einen diamanten deswegen hat ähm für das für die chemikal äh cisterns maschine damit wir ähm das polygon herstellen können wir haben die ja ne ist die frage ob was bauen sollen ja aber jetzt nicht mehr ich würde sagen wir benden hier die aufnahme erstmal da kriegen wir ja nicht ein reward perk ein billion und ein resonant ender ne ja können wir machen und damit werden wir sagen dann bis zum nächsten mal bei minecraft material energy mit dem flash mit centos tschüss